Bambi hinter euch. Hast du gerade einen Bambi gekillt? Nein. Willst du noch irgendwas sagen? Letzte Worte. Ähm, es war auf jeden Fall eine Ehre mit euch. Gut. Oh, Sniper Schuss auf uns. Vom Tech-Building. Also Tech-Building ist bei uns, wie gesagt, Rote Halle da hinten, ne? Ja, ja, wuff, ja. Schön eingeschlagen. Ah, er hat mich. Ich habe keinen Schuss für die Mosin, ey. Belastend. Seid ihr noch Tau, oder was? Ja. Einer Full-Glee und einer Normal-Equip. Hier haben wir Granaten, dann können wir da mal rüber, oder? Kleines Update an dieser Stelle. Nachdem wir natürlich den Tau erfolgreich eingenommen haben, wollten wir natürlich weiter pushen. Doch dann hat jemand mit dem Sniper vom Tech-Gebäude auf uns geschossen und wir dachten, wir besuchen die da drüben mal. Bluterhart. Geely hinter dir, zwei mit einer mit, äh, zwei Geelys auf dem Weg zu dir. Nein, nein, das sind wir, das sind wir, das sind wir, das sind wir. Okay, ich bin, wenn ihr unten ein Haupttor reinkommt, gleich hinter der Ecke. Also ich bleib, äh, ich bleib noch kurz draußen. Schüsse auf mich, Arten-Tort. Ich wollte ihn auch irgendwie schnell looten. Wer ist das? Ich bin... Der ist direkt da, dahinter. Der ist da, dahinter. Ich push mal nach vorne. Der ist direkt bei der Baracke, ja. Ja, ich sehe ihn, der guckt, der guckt rechts raus, der guckt rechts raus. Hat keinen Aim auf mich. Der ist drin, der ist drin. Der muss hier am Eck sitzen. Okay. Ich gucke, ich habe den anderen auf dem Visier. Ich habe nur noch neun Kugeln, Leute. Ich blute sechsfach, ich gehe drauf. Der hat mich ziemlich erwischt. Ich habe noch eine Kugel. Wo seid ihr genau? Bei der Baracke, da beim Tag-Building? Ja. Ich bin auch Clash da, rothaariger Alte mit Weihnachtsmann-Bart. Dattenwest. Ich weiß nicht, auf welche Seite der ist. Ah, ich habe ihn. Ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe ihn. Ist er dead? Ja, ja, ja. Okay, ich gehe drauf. Warte mal, ich save mal kurz hier. Obwohl hier liegen so viele. Läuft dich erschießen, oder? Ja, rein theoretisch, ja. Ich bin sechsmal, äh, ich blute sechsmal. Hau rein! Willst du noch irgendwas sagen, letzte Worte? Äh, ja, warte, ich muss direkt in den Lauf gucken. Ähm, es war auf jeden Fall ne Ehre mit euch. Gut. Let's go. Ich habe es gehört. Ich habe auch die Weihnachtsmann-Bistreheil gelassen. Ich probiere es, ja? Vor euch, vor euch kommt einer, vor euch kommt einer. Der läuft ins Tech rein. Okay. Ist hier noch unten? Vorsicht, Schottie. Ich weiß nicht, wo die hingegangen ist. Die war zu schnell, Achtung. War die oben oder unten? Nein, unten. Der Typ muss auf jeden Fall unten sein. Ja, ja, ja. Oh, ich bin tot. Das steht unten rechts in der Trüppe. Alter. Ab ihn, Mann. Ich komme hoch, Jungs. So, ja. Okay, Vorsicht. Nate, Nate, Nate. Wer ist denn der Fluffy-Fox? Ne, anscheinend nicht. Ist er da? Ja, der ist da. Ich dachte doch gerade, hä? Der war der, der oben saß. Der wollte Selbstmord machen, oder? Ich weiß nicht, der ist reingepusht. Der ist reingepusht, hat mich erst dumm angeguckt. Dann ist die Granate hochgegangen, dann schießt er auf mich. Was ist denn so? Ey. Hallo. Wer ist? Uff. Boah, Schottie, Alter, ich habe es halt nicht gecheckt. Fuck. Ich habe mich irgendwie erschrocken, Mann. Ich kriege mich fast auf die Couch vor Schreck, weißt du? Ich sehe dich da rechts, er hilft auf mich. Ich dachte, was macht er jetzt nicht? Ja, moin. Einer ist in der Baracke. Zwei sind in der Baracke. Okay, komm. Ja, zwei Gillies in der Baracke direkt vor mir. Hat übelste Hits, Leute. Da ist aber noch ein zweiter in der Baracke. Hab ihn. Backslust rechts rum. Hab ihn, hab ihn. Ich bin tot. Einer noch in der Baracke. Auch bei der Baracke noch. Sollte ich mal zeigen. Ich bin an der Baracke dran. Wer ist denn das hier? Ist down, ist down, ist down. Die Monkey war das safe. Nachdem natürlich in unseren eigenen Reihen Schüsse gefallen sind und die zwei relativ im Norden gespawnt sind an der Zeltstadt, dachten wir, wir bewegen uns dort mal hin. Das ist kein, ne? Ne, ist ja auch kein. Och. Erschreckt mich nicht so. Ich schätze mal, als würde der Sniper oben aus dem Wald gewesen sein, dass der runtergekommen ist. Oh, das ist aber ein Leichenfest hier, ne? Er nimmt ein Zelt, man. Da liegen fünf Leichen. Ja. Ich komme alle von mir, Mann. Halt, halt, stopp. Da ist eine Weihnachtsmütze. Perfekt. Lungst du seit mir hin? Ich bin in den Kamerl Flashtower. Ah, okay. Ich komme da jetzt wieder hin. Na gut, dann können wir ja rein... Äh, weiter die Granate. Granate, ja, wollte ich gerade sagen. Oh, hier ist halt nichts los. Das hat er doch safe aus der Waldlichtung geschmissen, oder? Ich gucke gerade die Bäume nach. Hab ihn. Hier bin ich. Schotty. Ah, ah, okay. Tut das jetzt mal. Alter. Äh, ein Bambi hinter euch. Bambi hinter euch. Hab ihn. Alter. Was geht nur mit denen? Sogar hat er ein Bambi gekillt. Guck mal, die horten sogar hier die Waffen mit. Ähm. Nein. Da hinten steht einer Weihnachtsmütze. Ist das einer von uns? Ja, das bin ich. Ich glaube ja. Ich stehe mitten auf der Straße jetzt. Wo steht's abgeben? Wo seid ihr dann? Ah ja. Ah ja. Ey. Ups. Nein. Was ist los? Ich stand die ganze Zeit bei dir und dann erschießt er mich. Ich hab nur den Namen, ich kenn den nicht. Ich habe ein neues. Okay, wir kommen. Wir brauchen doch ein Erkennungszeichen, Egi. Entschuldigung, Bruder. Aue Scheiße. Wo bin ich? Also rein theoretisch sollten wir es echt so machen, dass wir alle die Hose ausziehen. Was haben wir aus? Weil dann, glaube ich, ballern wir uns echt nicht mehr über den Hafen. Das war doch mit Absicht. Ich hab's ganz genau gesehen. Ich hab erst den Namen gelesen und ich so, hä? Kenn ich nicht. Ich hab Hose aus. Look bei dir. Was ist eigentlich der Plan? Wo treffen wir uns? Ich weiß gar nicht, wo der Rest ist. Da vorne läuft einer. Wer ist das? Aha. Ah, ja, ja, ja. Hallo, Arnold, stopp. Der hat doch keine Hose an. Der hat doch keine Hose an, Mann. Oh mein Gott. Der ist schon ein Kicks. Selbst mit Hose aus, Alter. Da ist dein Hautton fast zu deiner Jacke, Mann. Nate? Scheiße, hab ich mich erschrocken, ey. Hm, geil. Ist immer noch drin. Ich seh halt gar nix. Speedy läuft vor mir. Müsste rechte Seite drin sein. Ich lenk ihn ab. Ich seh ihn, Gilly. Elmitte tun die, tun rein. Da ist er. Er kommt raus, Achtung, Achtung. Hab ihn. Sehr schön. Oben auf dem Tag ist wieder einer. In dem Bäumchen da oben dran. Bist du schon da, oder was? Äh, ja, ich bin jetzt Double Door Bracke. Aber bei mir hat sich's eben halt nicht aufgebaut, deswegen hab ich's gesehen. Jetzt, ja, er sitzt so oben in dem Räumchen, ne? Ansonsten ist Tech safe. Ich bin ein Gebäude vorm Tech. Ähm, haben wir Sniper unter uns hier? Ja, ich. Okay, dann, äh, posh ich ihn hoch. Werfen einen Nade rein. Ich posh hoch, werfen einen Nade rein. Und normalerweise laufen die dann alle raus. Ich versuch's, ja, wenn er nach rechts läuft, wäre er Bombe. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ja, meinst du, so viel Dusel haben wir? Tür geht oben hoch. Ja, Tür oben hoch gemacht. Der muss nur nach rechts gehen, hat er Tür wieder zugemacht? Ja, warte, ich nehme jetzt die Granate. Ja, wenn er links geht, sehe ich ihn halt nicht. Ich save dich, falls er runterspringt. Nein, oder? Oh, Mann. Sag doch, dass das zwei liegen. Ich hab nur auf die andere rückgeguckt. Ich hab gar nicht nach oben. Sind wir alle dead? Ich leb doch. Lava sind jetzt drei Toten. Ach du Scheiß. Also ich leb noch, ich bin, ich bin noch da, ich bin noch da. Ich hab die Granate. Ach nee, ich hab die, glaub ich, in der Hand. Nee, nee, ich hab noch eine, ich hab noch eine. Ich bin unten im Süden gespawnt. Oh Gott! Ja, mit dem Werfen hab ich's nicht so. Du bist so tot. Nein, ich lebe noch. Warte, ich brauch, ich brauch die Nate, die hier liegt. Ich greif mich. Ihr wollt nicht wissen, was passiert ist? Du hast die Nate gegriffen und es explosiert. Weil sie schon erzielt war. Äh, ja, was soll ich dazu sagen? Nachdem mir natürlich dieses kleine Missgeschick passiert ist, hab ich wieder gelotet und bin wieder zum Tech-Gebäude gelaufen. Ja, bei mir hat das die ganze Zeit nicht geladen, das Haus. Ich komm hoch. Keine Minen, ne? Na, nice. Mal was ganz Neues. Okay, ich hab wieder eine Granate. Komm wieder nach oben. Das schmeißt's mal. Ist nicht meine. Aufpassen, ich versuch eine Granate. Oh, oh, nein, nein, die kam runter. Das war nicht lange genug gehalten. Vorsicht, Granate unten. Wo kann die denn hier, Mann? Vielleicht von hier? Nein. Ich hab das ganze Beutel in die Luft nach oben gegangen. Hier ist halt zu. Ich weiß nicht, ob er draußen liegt, aber der hat sich nicht geöffnet. Ja, da, da, da. Hier ist gar keiner. Der hat sich ausgelockt, Mann. Haben wir jetzt eigentlich die ganze Zeit den Stress gemacht. Dabei war hier oben gar keiner. Für nichts, Digga. Ich hab doch einen Zaubs genommen. Oh, shit. Ist das ein Schuss? Ähm, rechts aus dem Wald, aus der Lichtung. Wenn ihr aus dem Fenster guckt, müsste das ein... Ja, rechts von euch sein. Okay, ich kann die Schüsse orten, aber ich seh keinen. Ich bin draußen. Ne, die kommen gar nicht aus dem Wald. Ah, ich hab's gesehen. Direkt an der Mauer. Ja, ich seh ihn, ja, 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 ja. Ich maue Innenseite oder Außenseite? Außen, außen. Ja, er piekt, Digga. Er piekt, ach, Tom. Ich bin dead. Richtung Hügel. Er ist, er ist Gilly im Wald. Äh, er ist in dem, in dem, hinter der, in der großen Tanne. Ich bin jetzt bei den blauen Lagerhallen hier. Und, äh, hier laufen zwei Gilly's rum. Ich. Läuft hinten am Wald am Zaun entlang, Richtung hinten, hinter das Haus. Hab ihn, glaub ich, oder? Ja, man, hab ihn. So, da bei euch in der Nähe müsst ihr gleich an der Tod liegen. Achtung, er aimt auf mich, er aimt auf mich. Wo seid ihr, Jungs? Ihr müsst da reingehen. Er ist direkt am Waldrand. Er aimt da hin, auf die Tür, auf mich. Ah, ich bin tot. Ah, so, wir sind andere Seite gewesen, Mann. Wir sind Bordseite gewesen. Nein, ich seh ihn. Hab ihn, ich hab ihn. Ich hab euch da auch die ganze Zeit gesehen. Nachdem wir natürlich den Heckenschützen hier nicht schnell genug gefunden haben, musste natürlich einer aus unserem Team wieder sein Leben lassen. Leute, aber wir werden jetzt wieder am Ende von diesem Video. Ihr wisst Bescheid. Wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen nach oben. Abonniert den Kanal, um kein weiteres Video zu verpassen. Würde mich auf jeden Fall mega mäßig supporten. Lasst uns zusammen 1000 Abonnenten erreichen. Würde mich mega, mega freuen. Und in diesem Sinne, bleibt geschmeidig. Bis zum nächsten Mal.